Ein Krieg gegen den Iran wird leider immer erscheinlicher. Dies, obwohl das, was offiziell der Grund ist, nämlich der Bericht der internationalen Atomenergiebehörde, das überhaupt nicht ergibt. Dieser Bericht hat keine neuen Fakten und gleichzeitig wird er als Grundlage genommen, insbesondere von der israelischen Regierung, aber auch der uras-amerikanischen Regierung, dass ein Krieg gegen den Iran für möglich gehalten wird. Die Bundesregierung stellt sich dem nicht wirklich entgegen. Nein, innerhalb der Europäischen Union trägt sie die harte EU-Sanktionspolitik mit. Wir als Friedensbewegung, als Menschen, die Krieg als Mittel der Politik ablehnen, müssen jetzt mobilisieren. Denn jetzt ist die Frage, wie die Stimmungen in den Bevölkerungen sind, wie man versuchen könnte, diesen Krieg tatsächlich noch zu verhindern. Das Säbelrassen läuft, die Kriegsvorbereitungen sind im Gange und wir als Friedensbewegung, wir als Menschen sind gefordert, jetzt etwas zu tun. Punkt.